LP Totenstein sagt euch schonmal Hallo, ja und wir spielen jetzt, äh, Project Mardis, Nomadis, oder wie das heißt, oder was Game, wie auch immer. So, wir haben ja letztes Mal hier richtig gefehlt, weil ich da hinten nicht durchgekommen bin. Aber ich hab jetzt mal auf Scream alles nochmal gemacht, wie es war, glaube aber nicht. Ähm, wir starten jetzt die Mission jetzt. So, jetzt kommen wir auch mal durch, ne. So. Jetzt kommen wir auch durch, ne, oder? Kommen wir durch? Na los, jetzt fahr. Fahr doch, fahr doch, fahr doch. So, dann wollen wir eine Kippe anmachen, ich hab schon vor einer gedreht. Ja, das hieß, jetzt kommen wir auch durch. Spiel lautet's. Der Atanor, die Festung von Seraphim, dem Herrn der Wächter. In den qualmenden Fabriken entstand die mächtige Luftflotte der Wächter, bereit zum Angriff auf den Grauen Markt. Ja, ich bin jetzt auch bereit für den Grauenmarkt, äh, wenn der rauskommt, bedeutet immer was. So, kommt mal her. Na ja. Na, der hat ganz schön Schaden gegeben. So, dann repariere ich mal diese Kiste wieder. Ja, mit den Schaden hier durch die Welt zu reisen, ist ein bisschen schwieriger. So, ich hab nämlich hier, ich spreche nochmal. Äh, ja, ich hab hier mit dem Goliath mal angefangen. Mit dem bist du richtig schneller durch die Welt gekommen. Weil der hat bessere Waffen. So. Jetzt gehen wir mal langsam voran. Ich versuche mal die Türme da hinten abzuschießen. So, das zweite erfecht heutzutage. So, jetzt muss ich mal langsam stoppen. Mal gucken, wie ich an der Reichweite bin. So. Verdammt nicht. Ich muss mal mein Flugzeug nehmen. Das wäre ich schon wieder angegriffen. Aber kein... Macht aber nichts. So. Boom. Ja, da halt, das... Das hat mir gefallen. Toll. So, ähm... Ich muss nämlich schnell zurück. Da kommt nämlich ein Bomber jetzt. Wie es aussieht, oah. Da hinten sehe ich noch keinen Bomber. Von Goliath war nämlich ein Bomber dabei. Der kommt aber so. Keine Ahnung. Jetzt mal schnell in die Geschützerin. Da hinten fliegt irgendwas. Irgendwas fliegt hier. Da drückt ich die Dinger auf. Tja, jetzt müssen wir weiter vorrücken. Das besser ist es. So. Hier muss man echt überlegen, was man hier vorrücken sollte, ne? So. So. So, ich werde jetzt hier stehen bleiben, weil der Flieger jetzt rauskommt. Ich bin vielleicht ein Reichweiter. Das sind die hier richtig schwer zu treffen, ne? Ah, die Dinger sind schon besser. Das ist scheiß Flugzeug, wenn ich den Weg sperrte. Na los, schieß doch mal ab hier. Jawoll, getroffen. Und wieder was getroffen. So, getroffen. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Ja, ist ganz schön schwer hier. So, jetzt kommen die Dinger jetzt zu uns. Geflogen. Ja, die Inter ist schon sauber. Jetzt fliegen wir auch weiter. So. Da hinten sehe ich die nächsten Geschütze und dann muss ich echt mal aufpassen auf den Bomber. Den sehe ich da ganz da hinten. Wir müssen aber die Bombenstelle kaputt schlagen. So, hier bleibe ich jetzt mal stehen. So, schnell rüber. Zum Geschütz. Ah, jetzt geht's. Ah, komm. Mal mit Glück sagen, ob ich's treffe. Betroffen. Ich muss aber jetzt mein Geschütz mal barrieren. Das ist nämlich super wichtig. So, das andere Geschütz. Komm, mal barrieren gleich. So, schnell auf dieses große Geschütz. Guck, ich's treffe. Nein, treffe ich heute. Wird auch nicht getroffen. Ja, ist immer so schwierig, dieses scheiß Geschütz da hinten zu treffen. Na, komm. Halt die Klappe. Ich schieße endlich diese scheiß fliegende Dinger ab. Na, das geht doch. Ja, da wird er nicht getroffen. Jetzt hab ich getroffen. So, das kann ich auch noch treffen. Ja, ich muss mal ganz vorsichtig ran pürschen. Sonst nicht Geschichte. Wow. Mal los. So, ein Flieger ist schon mal down. Oh, keine Sicht hier. Mach mal den Flieger down hier. Das geht doch. So, da hinten ist noch was. So, da wird er getroffen. So, da wird er getroffen. Ich brauch's zu. Ich brauch's Flugzeug, Mensch. Ja, ihn sind wohl lange gegriffen, nicht wahr. So. Boah. So, jetzt kann ich mal ein bisschen ein Stück weiter fliegen. Speichern wir mal schnell. So. Ja, jetzt pirsche ich mich mal langsam an. Bis jetzt erst mal variieren ja alles. Bis jetzt.